Ich erkläre heute die Milliamperestunden hier in dem Beispiel 200 Milliamperestunden und zwar handelt es sich dabei um eine Ladung. Die Ladung, die man vielleicht so kennt, ist ein Elektron. Ein Elektron hat die Ladung von 1,6 mal 10 hoch minus 19 und dann eben C für Coulomb und keine Milliamperestunden. Und das erkläre ich, also was ist der Zusammenhang zwischen Milliamperestunden und Coulomb. Los geht's, die 200. Hier, 200. Millie ist ein Tausendstel, also 1 durch 1, 2, 3 Tausendstel und dann Ampere und Stunden nimmt man üblicherweise nicht her, sondern Sekunden, also mal 60 mal 60 und dann hat man Sekunden. Und die Amperesekunde ist das Coulomb. Das heißt, ich habe hier 200 mal hier 60 mal 60 sind 3600 und durch 1000, also 3,6. Dann habe ich hier Amperesekunden und dann komme ich hier auf die 720, in dem Fall ist gleich 720 Coulomb. Ja, und das war der Zusammenhang zwischen den 200 Milliamperestunden und den 277 Coulomb. Und das Elektron hat sehr viel weniger. Ich mache mal gerne so ein E- für ein Negativ und so. Genau. Fertig. Das war's. Mehr ist nicht dabei.